Ich hab noch nie von ihm gehört. Von wem? Von dem Mann, den du mir empfohlen hast. Der Mann ist ein Mythos, eine Legende. Und falls er noch lebt, ist er der Richtige für dich. Mach dich das nervös? Nein. Ein abtrünniger Agent spielt auf beiden Seiten. Ich arbeite für den CIA. Ein Revier ist in Mexiko. Und ich bin unterwegs. Und such den Outlaw, der zu Legende wurde. Du musst jemanden töten, der dafür bezahlt wird, den Präsidenten umzubringen. Und warum ich? Ganz einfach, weil du nichts hast, wofür es sich zu leben lohnt. Stimmt was nicht? Alles. Übrigens, es könnte ein winziges bisschen gefährlich werden. Halt dich fest! Du hast gut reden! Schon bald. Willst du das Spiel gewinnen, musst du mit gezwingten Karten spielen. Das ist eine Falle. Entdeckt er das Legenden. Ich will meine Gitarre. Ich hätte nie gedacht, dass du das Ding nochmal abholst. Ich auch nicht. Ihre eigenen Spielregeln haben. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch umzulegen. Jetzt wird's unappetitlich. Ist das nicht heiß? Wahnsinnig. Gibt's dich immer noch? Und wie? Ja, natürlich. Wie ist dein gestorben? Wie ist dein gestorben? Ja, ich habe 들어가, wir sehen uns acht. Wie ist dein gestorben? Vielen Dank.